Herr Lindner, Sie haben ja gestern Abend schon gesagt, FDP-Anhänger, die brauchen starke Nerven. Das war gestern ja vielleicht sogar nervenaufreibend, Herzschlagfinale. Es gab ja den umgekehrten Fall auch schon, Sie haben es knapp verpasst, in den Landtag einzuziehen. Wie sind aber unter diesen Bedingungen für Sie politische Erfolge überhaupt noch berechenbar? Naja, Demokratie ist eine offene Geschichte, wird immer wieder neu entschieden. Und natürlich kann man nichts berechnen, gerade wenn es so eine Fünf-Prozent-Hürde gibt. Und gerade wenn es um Mehrheitsbildung geht für Regierungen, da ist man in der Hand der Wählerinnen und Wähler. Und das ist ja auch gut so. Sie waren, glaube ich, gerade sechs Stimmen über den Durst gewesen, fünf oder sechs Stimmen. Wenn jetzt bei der Neuauszählung, die es möglicherweise gibt, beim endgültigen Wahlergebnis dann für die FDP nicht reicht, dann haben Sie sich zu früh gefreut. Ja, deshalb sind wir auch voller Demut an diesem Tag, freuen uns, es geht in die richtige Richtung. Wir haben zehntausende Stimmen hinzugewonnen gegenüber der Wahl von vor fünf Jahren. Und wir waren jetzt mehrfach schon 2017 in Sachsen-Anhalt, in diesem Jahr in Brandenburg und Sachsen in der Schlagdistanz zum Parlament. Und jetzt sieht es so aus, dass wir eine gute Chance haben, nach den jetzigen Zahlen sind wir drin, im Thüringen erstmals wieder in einem ostdeutschen Parlament zu sein. Das zeigt uns, die Richtung stimmt. Es geht in kleinen Schritten aber doch sichtbar nach vorne. Sollen wir für Sie mal hoffen, dass das klappt, wenn Sie dann endgültig in den Landtag einziehen. Dann werden Sie ja möglicherweise gleich gebraucht. Es gibt ja eine Möglichkeit, dass Rot-Rot-Grün mit der FDP zusammen eine Koalitionsregierung bildet oder auch ein Tolerierungsbündnis. Sie haben das jetzt gerade hier in der Pressekonferenz ausgeschlossen. Aber mal ganz unabhängig von Thüringen, ist es für die FDP nicht eine Überlebensfrage, flexibel zu sein, möglicherweise Bündnisse, die es bisher nicht so gab, neu zu denken, ohne sich zu verbiegen? Ja, wenn das so ginge, wie Sie gerade gesagt haben, Bündnisse neu denken, ohne sich zu verbiegen. Wir haben eine ganz einfache Regel. Wir halten uns an das nach der Wahl, was wir vor der Wahl gesagt haben und wir orientieren uns an Inhalten. Und im Fall Thüringen bedeutet das, für uns ist eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei und eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Und darum wollen wir uns auch weiter halten. Ich meine, die Linkspartei hat den Sozialismus im Programm hier in Berlin, der Mietendeckel. Wie soll es da für eine liberale Partei möglich sein, die wir die Eigentumsgarantie nach vorne stellen, auf Individualität setzen, auf Marktwirtschaft? Wie sollen wir mit denen zusammenarbeiten, ohne uns, um ihr Wort aufzunehmen, zu verbiegen? Wir würden uns komplett der Lächerlichkeit preisgeben. Und für uns ist, wenn Sie so wollen, die Frage der eigenen Zukunft, die Klarheit und Prinzipienfestigkeit. Die FDP muss erkennbar sein mit ihren Überzeugungen. Und dann gibt es auch Konstellationen, da können wir dann gestalten. Das haben wir ja in der Opposition hier im Bund schon getan, als wir die Grundsteuer repariert haben, aus der Opposition heraus. Und auch in Ländern wie NRW, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein in Regierungsverantwortung. Prinzipienfestigkeit ist das eine. Jetzt ist die FDP seit sieben Jahrzehnten in der Politik aktiv, seit 1949. Es war immer ihr Anspruch, auch politisch zu gestalten. Nicht nur Opposition zu sein, nicht nur dagegen zu sein. Wie wollen Sie denn das in Zukunft mit Ihren politischen Zielen erreichen? Schwarz-Gelb ist meilenweit von einer Realisierung im Bund, auch in vielen Bundesländern entfernt. Bedeutet das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dann Dauerhaftigkeit in der Opposition? Im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen haben wir ja eine schwarz-gelbe Regierung. Aber wir sind auch nicht auf die CDU einseitig festgelegt. In Rheinland-Pfalz regiert sehr erfolgreich eine Ampel. Für uns gilt keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei und der AfD. Denn das sind Parteien, die wollen nicht eine andere Politik. Die wollen beide ein anderes Land. Die einen haben den Sozialismus im Gepäck. Die anderen haben einen völkischen Kollektivismus, der sogar nicht in der Lage ist, eine klare Grenzlinie zum Rassismus zu ziehen. Mit diesen Parteien, die ja grundlegend unser Land verändern wollen. In der politischen Kultur kann es keine Zusammenarbeit geben. Und darüber hinaus schaut man mal, wenn Mehrheitsbildungen schwierig werden, dann kommt es auch auf jede Stimme im Parlament an, nicht nur bei der Wahl. Und dann kann man gestalten. Das machen wir jetzt ja sogar gegenüber einer großen Koalition. Denn immer, wenn das Grundgesetz angefasst werden muss, brauchen die uns. Und da haben wir bislang unsere Karten immer ganz gut gespielt, um Anliegen unterzubringen. Herr Thüringen hat ja ein durchaus FDP-affines Milieu. Es gibt dort viele Selbstständige, Handwerksbetriebe, Gewerbetreibende, freie Berufe. Trotzdem kommen sie nur auf 5 Prozent. 31 Prozent der Selbstständigen in Thüringen haben die AfD gewählt. Warum kommt in einem solchen doch FDP-freundlichen Umfeld die FDP nur auf gerade mal richtig genau 5,0 Prozent? Die FDP ist keine Partei von Unternehmern oder Selbstständigen. Dass man ein Abo darauf hätte, jeder, der den Berufsstatus Selbstständigkeit hat, wählt FDP. Wir haben ein bestimmtes Lebensgefühl. Und unser Lebensgefühl ist geprägt von Optimismus, von Individualität, von Freiheitsliebe, von der Lust auf Wandel, Zukunft und Fortschritt. Und das ist ganz unabhängig davon, ob man Beamter, ob man Rentner oder Unternehmerin ist. Und ganz offensichtlich gibt es viele Menschen, zum Beispiel in Thüringen, die sind zwar beruflich selbstständig, die befürchten aber etwas von der Zukunft und wollen sich vielleicht flüchten in die Abschottung. Und die wählen dann AfD, trotz eines Höcke. Und wir setzen eher auf die, die im Wandel eine Chance sehen, die den Fortschritt eher beschleunigen wollen, die ihre Individualität und Freiheit leben wollen, aber auch die Großzügigkeit haben, dass andere in einem ganz vielfältigen, bunten Land leben können. Und da ist für uns in Ostdeutschland mitunter der Weg etwas weiter, weil das politische Klima gegenwärtig sehr, sehr stark geprägt ist von Ängsten. Nach einer aktuellen Untersuchung, die ich gelesen habe, gilt Thüringen als das Land, wo die gewisse Ängstlichkeit in der Gesellschaft sogar am höchsten ist. Das macht für uns natürlich als grundoptimistische politische Kraft die Arbeit oder den Weg weiter, die Arbeit härter. Aber warum verfängt das nicht, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass die FDP eben eine Alternative zur AfD ist? Das hat ja gezeigt, dass die FDP da offenbar nicht erfolgreich ist. Naja, wir haben unsere Stimmen mehr als verdoppelt. Aber ich kann es gern noch mal sagen. Wir sind eine Alternative für Menschen, die einen Rechtsstaat wollen, auf den man sich verlassen kann. Und da unterscheiden wir uns sehr stark von CDU, CSU, SPD und Grünen. Wir wollen ein weltoffenes, tolerantes Land sein, aber mehr Ordnung und Kontrolle bei der Migration. In Nordrhein-Westfalen hat der FDP-Flüchtlingsminister bessere Zahlen bei der Abschiebung von Illegalen als alle 15 Innenminister inklusive der CSU. Zugleich haben wir das menschenfreundlichste Bleiberecht. Und das wissen viele Leute nicht. Deshalb bin ich dankbar dafür, das mal zumindest nach einer Wahl in einer Sendung sagen zu können. Die Leute wissen oft gar nicht, dass wir die eigentliche Alternative aus der politischen Mitte zu Union, SPD und Grünen sind. Da brauchen wir Zeit. Wir waren in der APO, wir sind auch hier im Bundestag in der Opposition. Da braucht es länger, um seine Inhalte auch an die Frau und den Mann zu bringen.